Hallo, heute sprechen wir zum Thema Negation mit Nicht und Kein. Сегодня wir поговорим über die Themen Atrezzanie mit Nicht und Kein. Fangen wir an. Im Nominativ heißt der männliche bestimmte Artikel der, der weibliche die und der sächliche das. Also, der Zirkus, die Kirche und das Museum. В именительном падеже определенный артикль мужского рода называется der, женского рода die und среднего das. Der männliche und bestimmte Artikel lautet ein. Der weibliche eine und der sächliche ein. Also, ein Zirkus, eine Kirche und ein Museum. Im Plural lautet der bestimmte Artikel immer die, egal ob das Wort männlich, weiblich oder sächlich ist. Zum Beispiel die Häuser. Einen unbestimmten Artikel gibt es im Plural nicht. Es heißt einfach Häuser. Wenn wir den unbestimmten Artikel verneinen, dann stellen wir einfach ein K davor. Neapredеленный Artikel мужского рода звучит как ein. Ein, женского рода eine и среднего рода ein. Ein Zirkus, eine Kirche und ein Museum. Во множественном числе определенный артикль звучит die, вне зависимости от того, какого рода слово – мужского, женского или среднего. Например, die Häuser. Неопределенного артикля во множественном числе нет. Говорят просто – Häuser. Когда мы отрицаем неопределенный артикль, тогда мы просто впереди добавляем букву K. Es heißt dann – kein Zirkus, keine Kirche und kein Museum. Тогда говорят – kein Zirkus, keine Kirche und kein Museum. Im Plural benutzen wir immer das Wort keine. Zum Beispiel – keine Häuser. Во множественном числе мы всегда используем слово – keine. Например, keine Häuser. Jetzt einige Beispiele. Ist das eine Burg? Это замок? Nein, das ist keine Burg. Das ist eine Kirche. Нет, это не замок. Это церковь. Ist das ein Kino? Это кинотеатр? Nein, das ist kein Kino. Das ist ein Theater. Нет, это не кинотеатр. Это театр. Ist das ein Restaurant? Это ресторан? Nein, das ist kein Restaurant. Das ist eine Bar. Нет, это не ресторан. Это бар. Sind das музеи? Это музеи? Nein, das sind keine Museen. Das sind Burgruinen. Нет, это не музеи. Это развалины замков. Also, wir verwenden kein Keine anstelle eines und bestimmten Artikels. Итак, мы употребляем kein Keine вместо неопределенного Artikels. Zum Beispiel. Das ist eine Fabrik. Nein, das ist keine Fabrik. Это Fabrika. Нет, это не Fabrika. Oder bei Nomen ohne Artikel. Или с существительными без Artikels. Zum Beispiel. Das sind Museen. Nein, das sind keine Museen. Это музеи. Нет, это не музеи. Wann verwenden wir nicht? Wir verwenden nicht zur Negation von Verben. Мы употребляем nicht при отрицании Глаголов. Zum Beispiel. Er hört nicht. Das Auto fährt nicht. Das Opernhaus arbeitet nicht. Он не слышит. Машina не ездит. Opernhaus теatr не работает. Von eigennamen. При отрицании имен собственных. Das ist nicht Tom. Das ist nicht Tomshaus. Das ist nicht Schneewittchen. Das Haus ist nicht hoch. Церковь. Церковь. Не starая. Музей. Небольшой. Дом. Невысокий. Wir verwenden Negation mit kein-keine anstelle eines unbestimmten Artikels. Мы употребляем отрицание kein-keine вместо неопределенного Artikeля. Das ist eine Bank. Oder bei Nomen ohne Artikel. Zum Beispiel Und wann verwenden wir Negation mit nicht? Wir verwenden nicht zur Negation von Verben. Wir употребляем nicht-prezange Glagol. Das Auto fährt nicht. Von Eigennamen при отрицании имен собственных. Das ist nicht Tom. Von Adjektiven при отрицании прилагательных. Das Museum ist groß. Das Museum ist nicht groß. Обратите внимание на то, что когда мы отрицаем глагол, отрицание неопределенных. Das Auto fährt nicht. Und noch einige Beispiele mit Erklärungen. Kein, keine oder nicht. Das ist Fabrik. Das Wort Fabrik ist ein Nomen. Wenn wir ein Nomen verneinen, Verwenden wir kein oder keine. Das Wort ist weiblich. Also die Fabrik. Der weibliche unbestimmte Artikel lautet eine. Und wenn wir den unbestimmten Artikel verneinen, dann stellen wir einfach ein Ke davor. Also das ist keine Fabrik. Слово «фабрика» – это существительное женского рода. Когда мы отрицаем существительное, мы используем kein или keine. Это слово женского рода. Итак, die Fabrik. Неопределенный артикль женского рода звучит eine. А когда мы отрицаем неопределенный артикль, тогда мы просто ставим впереди букву «k». Sie schläft. Das Wort schlafen – spät – ist ein Verb. Wenn wir ein Verb verneinen, verwenden wir nicht. Also sie schläft nicht. Слово «schlafen» – это глагол. Когда мы отрицаем глагол, мы употребляем отрицание «nicht». Das Theater ist alt. Das Wort alt, старый, ist ein Adjektiv. Wenn wir ein Adjektiv verneinen, verwenden wir nicht. Also das Theater ist nicht alt. Слово «alt» – это прилагательное. Когда мы отрицаем прилагательное, мы используем «nicht». «nicht». Vielen Dank.